Dietmar Hopp ist das größte Feindbild im deutschen Fußball. Hm. Oder nicht? Es ist zumindest ein bisschen komplizierter. Fakt ist, viel Hass gibt's zurzeit im Stadion. Er wird als Hurensohn bezeichnet und dazu ist sein Kopf im Fadenkreuz. Bei dem Thema wird sehr viel Schwarz und Weiß gesehen. Und genau das ist ein Fehler. Dieses Thema ist wie ein riesiges Kartenhaus. Es hat extrem viele Ebenen und jetzt ist es einen gestürzt. Also Leute, lasst uns mal darüber reden. So Leute, ich will hier differenziert an die Sache rangehen. Und wenn ihr sagt, geil, genauso muss das sein, tut das, indem ihr da unten auf den Abo-Knopf drückt. Als Erstes müssen wir klären, wer ist Dietmar Hopp und wieso hassen ihn so viele Ultras? Hier brennen zwei Welten aufeinander. Hopp auf der einen Seite und die Fans eben auf der anderen Seite. Geboren wurde Hopp 1940, sprich er wird bald 80 Jahre alt. Er hat den IT-Konzern SAP mitgegründet und er ist einer der reichsten Deutschen. Ca. 13 Milliarden Euro besitzt er. Dank ihm spielt die TSG Hoffenheim überhaupt in der Bundesliga. Viel Geld hat er in den Klub reingepumpt und… effektiv gehört ihm alles. Die 50 plus 1 Regel gibt's nicht. Er darf tun und lassen, was er will, nachdem er die TSG mehr als zwei Jahrzehnte unterstützt hat. Es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, oben im i verlinke ich euch ein Tradition- oder Commerz-Video. Da hab ich mal ausführlich über die TSG gesprochen. So. Die Fans kritisieren genau das. Die Ultras wollen die deutsche Fußballkultur beschützen bzw. retten. Vereine sollen unabhängig sein und man ist gegen den Investor bzw. gegen den Metzen. Die TSG und Dietmar Hopp sind also das große Feindbild. Seit 2008 spielt der Klub in der Bundesliga. Seitdem gibt's Kritik. Die BVB-Fans hatten die Idee mit dem Fadenkreuz-Plakat. Das war der gesamte Startschuss dieser Story. Die Bedeutung ist relativ klar. Man gibt Person X zum Abschuss frei. Die Message? Verschwinde aus unserem Fußball. Klar, das ist völlig überspitzt dargestellt. Ihr Ziel ist damit Aufmerksamkeit. Man soll darüber reden. Und genau das tun wir jetzt auch. Aber muss sich Hopp das gefallen lassen? Nee, natürlich nicht. Er hat den Fans den Krieg erklärt. Seit Jahren spitzt sich die Lage zu und… jetzt gibt's nur Verlierer. In den Medien wird gerade oft ein Schwarz-Weiß-Bild gemalt. Dietmar Hopp ist heilig, aber die Ultras sind böse und sollten raus aus dem Stadion. In Wahrheit ist das alles gar nicht mal so klar. Ja, Hopp tut viel Gutes. Mit seiner Stiftung hat er 1,5 Milliarden Euro in die Krebsforschung gesteckt. Er hilft der Region. Hopp baut Kindergärten, Altenheime und er unterstützt den Jugendsport. Das sind alles Fakten. Das ist schön und gut. Aber jeder Mensch hat auch ein paar Leichen im Keller. Football Leaks hat eine Sache aufgedeckt. Bei Transfers der TSG Hoffenheim hat Hopp mitverdient. Ein Beispiel Roberto Firmino. Für 41 Millionen Euro Ablöse ist er zum FC Liverpool gewechselt. Nur 7 Millionen Euro sollen bei der TSG gelandet sein. Der Restbetrag ging zu einer externen Firma, die die Transferrechte hielt. Ratet mal, wer ist der Besitzer dieser Firma? Tja, ich sag's euch. Dietmar Hopp. Das ist eine Grauzone im Regelwerk, soll aber kein Einzelfall sein. Diese Story ist wichtig, um zu zeigen, Dietmar Hopp ist mit Sicherheit ein guter Mensch. Er hat viele gute Dinge getan. Aber er ist bei weitem kein Heiliger. Das zeigt auch die Sache mit den Fans. Jetzt sagt er nämlich, Zitat, wenn ich im Entferntesten wüsste, was diese Idioten von mir wollen, dann würde es mir leichter fallen, das zu verstehen. Hm, ich finde, da stellt er sich etwas dümmer als in Wahrheit ist. Es ist doch leicht zu kapieren. Es geht um den Kommerz im Fußball. Im Krieg gegen die Fans hat er schon einige Schüsse abgegeben und die Fans so provoziert. Story 1. Mobile Lautsprecher im Jahr 2011. Vor dem BVB-Block standen damals zwei Sirenen. Jedes Mal, wenn es Schmergesänge gab, wurden die aufgedreht. Der Ordner vor dem Block hatte deshalb passenderweise Kopfhörer auf. Tja, die Ultras logischerweise nicht. Ein Fan bekam sogar Tinnitus und zeigte das bei der Polizei an. Die TSG Hoffenheim hat diese Aktion bestätigt, aber sich davon klar distanziert. Ein einzelner Mitarbeiter soll es eigenmächtig getan haben. Story 2. Dietmar Hopp hat mehr als 30 BVB-Fans wegen Beleidigungen angezeigt. Ultras, die ihn während des Spiels im Block beleidigt haben. Man hat die Fans ganz einfach identifiziert. A mit Kameras und B mit Richtmikros. Das hat's davor im deutschen Fußball noch nie gegeben. Fakt ist, so Dinge stacheln die Fans an. Und früher oder später eskaliert halt die Lage. Hier prallen wie gesagt zwei Welten aufeinander. Die Ultras sind ne Jugendkultur. Ein Wort wie Hurensohn ist zwar plump, wird aber inflationär benutzt. Und ehrlich, wenn mich jemand als Hurensohn beschimpft, ist mir das völlig egal. Aber. Hopp wird bald 80 Jahre alt. Für ihn hat das Wort ne tiefere Bedeutung. Nicht jeden Tag wird er damit konfrontiert. Er fühlt sich davon tatsächlich beleidigt. Und er wird emotional. Die Ultras haben gemerkt, oh, so kann man ihn treffen. Er wird getriggert. Und deshalb hat man dieses Wort immer und immer wieder verwendet. Bei einer Sache gibt's für mich trotzdem den faden Ballgeschmack. Das Wort Hurensohn ist nix Neues im Fußball. Timo Werner wurde nach seiner Schwalbe gegen Schalke ewig so beleidigt. Da hat zum Teil das gesamte Stadion mitgesungen. Sogar bei Länderspielen. Also, das waren nicht nur die Ultras. Und was hat der DFB da gemacht? Tja, richtig. Gar nichts. Also… jetzt wird plötzlich Dietmar Hopp geschützt. Rollen wir das Thema mal von hinten auf. Was ist passiert? Der Auslöser waren die BVB-Fans. Am 20. Dezember gab's in der Bundesliga das Duell. TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Wieder gab's Banner in der Kurve zu sehen und eins hat den Hass auf ein neues Level gehoben. Hopp wurde nämlich das letzte Weihnachten gewünscht. Sprich, er soll jetzt endlich mal sterben. Das geht unter die Goethe-Linie. Das ist geschmacklos. Das ist ne Schande. Das muss man kritisieren. So. Und jetzt wird's wichtig. Im Vorfeld, also in den Jahren davor, gab's immer wieder irgendwelche Banner. Dinge wie Du Bastard oder eben Hurensohn wurden da geschrieben. Die BVB-Fans waren deshalb auf Bewährung. Das DFB-Sportgericht hat reagiert. Und ich finde, man musste auch reagieren. Und sie bestraft. Zwei Jahre dürfen die BVB-Fans jetzt nicht mehr mit nach Sinsheim. Sie haben dort Stadionverbot. Die Fans fühlen sich vom DFB betrogen. Der Verband habe nämlich, Zitat, sein Wort gebrochen. Hier geht's um die Kollektivstrafe. Alle Fans werden für das Verhalten von ein paar Ultras bestraft. Das ist unfair. 2017 sagte deshalb der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel, in Zukunft soll man auf die Kollektivstrafe vorübergehend verzichten. Keine Blocksperre, kein Teilausschluss, keine Geisterspiele. Das Ziel? Vertrauen aufbauen. Man wollte einen Schritt in Richtung der Ultras gehen. Im Gegenzug sollte es einen Dialog geben. Und man hat erwartet, dass die Fans den Gang zurückschalten und alles ruhiger wird. Frage an euch. Ist das passiert? Ich sage nee. Die Ultras des BVB haben so weitergemacht wie bisher. Es gab Banner, Plakate und Beleidigungen. Eine Strafe vom DFB ist deshalb, finde ich, völlig logisch. Und nein, man hat nicht das Wort gebrochen. Der DFB sagt, es sei das letzte Mittel, um gegen die Ultras vorzugehen. Das Stadion ist halt auch kein rechtsfreier Raum. Das heißt, jetzt ging's primär nicht um den Protest gegen Dietmar Hopp bzw. gegen die Kommerzialisierung. Es ging um den Protest allgemein gegen die Kollektivstrafe. Die einzelnen Fanszenen haben sich mit den BVB-Ultras solidarisiert. Gestartet haben den Protest die Fans von Borussia Mönchengladbach. Das war am 23. Spieltag. Sie haben ein Fadenkreuz gezeigt und das Wort Hurensohn verwendet. Hat der hier mitbekommen. Dem DFB war wahrscheinlich sofort klar, okay, das war erst der Anfang. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Schiris wurden jetzt gebrieft. Greift hart durch. Und genau das ist am Ende auch passiert. Dafür gibt's ja den 3-Stufen-Plan, an den sich die Schiris halten sollen. Stufe 1. Partie kurz unterbrechen, inklusive Stadion-Durchsage. Stufe 2. Beide Teams verlassen das Feld. Dazu sagt der Stadionsprecher, dass der Abbruch der Partie droht. So weiß dann jeder Fan, wie heikel die Lage ist. Stufe 3. Der Spielabbruch. Diese Regel ist nix Neues. 2009 hat das die UE-Verein geführt. Am krassesten waren die Bilder in Sinsheim, als die Schickeria des FC Bayern mehrfach Banner hochgehalten hat. Ganz ehrlich, einmal das zu zeigen, okay. Aber mehrfach? So schadest du halt im schlimmsten Fall dem eigenen Verein. In den Regeln heißt es nämlich, während das Spiel abgebrochen worden, hätte der FC Bayern am grünen Tisch 0-2 verloren. Jetzt stellt euch vor, das hätte die Meisterschaft entschieden. Nun ja. Übrigens. Sollten beide Fanlager provozieren, wird das Spiel 0-2 gegen beide Teams gewertet. Sprich beide verlieren. So. Diesen 3-Stufen-Plan gibt's ja auch bei Rassismus. Und ein großer Vorwurf ist, da tut der DFB nix. Erst wenn's um den alten weißen Mann geht, wird angegriffen. Hm. Stimmt das wirklich? Ne. Die Behauptung ist falsch. In der 3. Liga gab's den Fall Leroy Quadwo. Im Spiel der Würzburger Kickers bei Preußen Münster wurde der Junge mit Affenlauten beleidigt. So wurde unterbrach die Schiedsrichterin das Spiel. Es gab ne Stadion-Durchsage, sprich Stufe 1. Der sogenannte Fan wurde abgeführt, bekam ne Anzeige wegen Volksverhetzung. Erst als er aus dem Stadion flog, spielte der Mann weiter. Das ist ein positives Beispiel und es wird von vielen gerade unter den Tisch gekehrt. Vergesst bitte eine Sache nicht. Als Schiri musst du selbst mitbekommen, dass es ne rassistische Äußerung oder ne Diskriminierung gab. Erst dann kann der 3-Stufen-Plan aktiviert werden. In nem Bundesliga-Stadion mit 50.000 Fans ist sowas verdammt schwierig. Deshalb ist das im Fall Toro Nariga auch nicht passiert. Ein Banner ist da deutlich leichter zu sehen. Ehrlich, Leute. Die Schiris. Tun mir ja total leid. Sie müssen auf das Spiel achten. Und jetzt auch noch auf die Tribüne. Sie stehen brutal unter Druck. Und ja, da passieren auch mal Fehler. In Meppen wurde dieses Plakat gezeigt. Nix Schlimmes, keine Beleidigungen, alles im grünen Bereich. Und trotzdem wurde das Spiel kurz unterbrochen. Das war definitiv ein Fehler. Nunja, das zeigt, wie hysterisch die aktuelle Lage ist. Jetzt muss ich das mal dringend alles entspannen. Wir brauchen jetzt ne Lösung. Aber ist das überhaupt möglich? Ich finde, alle Parteien müssen sich an einen Tisch setzen. Der DFB und die Fanvertreter machen das anscheinend. Aber Dietmar Hopp wird nicht mit dabei sein. Denn, Zitat. Ich hatte im Jahr 2010 schon mal ein solches Gespräch, bei dem rein gar nichts herauskam, weil die Herren ihre vorgefertigte Meinung vertraten und sich keinen Millimeter bewegen wollten. Das zeigt, die Fronten sind verhärtet. Die Fans wollen, dass sich Hopp verzieht und die TSG zur Hölle fährt. Tja, aber das wird halt nicht passieren. Man steht gerade in einer Sackgasse, aus der keiner rauskommt. Protest ist wichtig und richtig. Aber… Man sollte kreativ sein. Nicht nur stumpf beleidigen. Ultras kritisieren ja viele Dinge, die gesellschaftlich relevant sind. Man setzt sich in der Kurve gegen Rassismus ein. Der Katar-Deal des FC Bayern wird auch kritisiert. Und zwar nicht nur von Bayern-Fans. Oder sie kritisieren den DFB, bei dem ja ohne Frage sehr viel falsch läuft. Leider gibt's da ein Problem. Sky, The Zone, die Sportschau und alle anderen Medien zeigen so kreative Proteste selten bis nie. Die Ultras wollen ins Fernsehen. Und sie denken, okay, die Sendezeit kriegen wir nur, wenn es krasse Dinge zu sehen gibt. Zum Beispiel ein Fadenkreuz. Ich finde, Ultras sind wichtig für den deutschen Fußball. Ja, sie sind letztes Wochenende zu weit gegangen. So stumpfe Beleidigungen schaden dem Fußball. Aber Ultras zu verurteilen und zu sagen, das sind doch Chaoten, ist der falsche Weg. Der DFB wiederum hat jetzt ne rote Linie gezogen. Die Message ist klar. Hass im Stadion ist verboten. Wer sich nicht dran hält, fliegt raus. So wie die BVB-Fans in Sinsheim. Diese Linie muss man jetzt aber auch durchziehen. Bei Beleidigungen, bei Rassismus, bei Sexismus und so weiter. Wenn der DFB das macht, Respekt. Und ganz ehrlich Leute, ich wünsche mir Fußball ohne Hass. Ich weiß, das ist total unrealistisch, aber Fußball ist nun mal nur ein Spiel und kein Krieg. Und deshalb fand ich auch den Protest der Bayern- bzw. TSG-Spieler toll. Sie haben gezeigt, wir sind nicht nur 11, sondern wir sind 22 Freunde. Mir ist wichtig, dass es am Ende ums Wesentliche geht. Und das ist nun mal Fußball. Also der Sport. Jetzt will ich noch mit euch diskutieren. Wie findet ihr den Protest gegen überhaupt bzw. die Beleidigungen? Was sollte man dagegen tun? Da bin ich auf eure Meinungen gespannt. Postet sie unten in die Kommentare. So. Schiedsrichter stehen ja auch im Mittelpunkt. Die Kollegen von Wumms haben ne ehrliche Werbung für Amateurschiris gemacht. Zieht euch die mal rein. Hier ist sie verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich Gut Kick, haut rein und ciao. Abonniert den еще mal auf, oh! Untertitelung des ZDF, 2020